Bald geht es los, die Frauen-WM. Am 26.06. dieses Jahres, um 18 Uhr in Berlin, da spielt die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gegen Kanada. Gegen banalische Frauen natürlich halt eben, ne? Ist ja wohl logisch. Also, da ich da nicht so viel Ahnung habe von dem Frauenfußball, denke ich allerdings, dass Deutschland wachuit sein wird und Kanada mit mindestens 3-0 bis 4-0 nach Hause jagen wird. Und dementsprechend das erste Spiel, gewinnen wir das Eröffnungsspiel. Das ist mein Tipp 4-0, wer mitgeben möchte, einfach eine Nachricht schicken, mit dem Tipp, allerdings nicht kurz vom Spiel, wer ist angenommen, die werden auf meinem Homepage standen, mit Namen, wer möchte, auch veröffentlicht. Ja, danke, wir hören uns gleich mit euren Super-Tipps und gleich haben wir andere Ergebnisse, wie 4-0 oder vielleicht auch noch höherer Ergebnisse oder ein Sieg, kriegt keiner wert. Mal schauen, was ihr also alles Chippen tut. Dankeschön, bis zuhören.